Dort hat er noch Nachholbedarf. Ich denke, wenn er mal in Form einen 200er läuft, dann wird er das Ganze nach unten korrigieren. Güntert gegen Petrucciani, das sind die beiden Favoriten. Und es ist Güntert, glaube ich, Petrucciani. Und die Zeit, was ist, war das? 6'69? Und das hat extrem relaxed ausgeschaut.